heute heute farbenfest im dorf dieses dorf mussten wir hier zerstören komplett ja so sieht jetzt hier die ganze aus wir müssen also wo entfernturm ist da mussten wir angreifen die entfernung muss fallen sonst ist der marsch und danach kommt die riese und danach kommt kein das machen leute dann sind wir erfolgreich wir müssen also schnell 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 wenn wir das nicht schnell machen das heißt wir müssen halt schnell reingehen wenn wir nicht schnell reingehen dann haben wir arschkarte leute arschkarte leute darum es muss sehr schnell gehen wenn das nicht schnell geht dann sind wir am arsch macht schon kommt schon leute wie ihr seht die ballons alles greift noch an natürlich muss das hier alles mit plan laufen sonst wird das nichts leute es sonst wird das nichts man muss das alles mit plan machen wir werden das locker schaffen machen wir einfach so eis zauber und dann noch mal eis zauber warum denn nicht man muss alles mit plan machen man muss schnell machen man muss schnell angreifen man muss taktik machen dann klappt das auch skelettos machen sehr gute arbeit wie ihr das seht skelettos haben alles vernichtet dieses dorf ist einfach easy dieses dorf ist einfach 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 ihr muss genau gleiche wie ich machen genau gleiche taktik genau gleiche einsatz alles wie ich machen dann habt ihr das auch geschafft ein eis zauber haben wir noch üblich aber das gar nicht liebe leute so einfach war das tschau leute macht das gleiche wie ich das war einfach hau rein macht gut spaß tschau